Nein, danke. Ich denke, es wäre eher, in eurem Sinn von dieser ganzen Gruftgeschichte völlig Abstand zu nehmen. Wie meint ihr das? Ich denke, diese Grabräuber reißt doch nicht das Richtige für euch. So viele Gefahren, die euch zum Verhängnis werden können. Das Leben ist eine einzige Gefahr. Wenn euch wirklich so viel daran liegt, gebt uns einfach, sagen wir mal, eine Handvoll, also fünf Dukaten. Und wir werden tunlichst versuchen, das Grabräuberleben hinter uns zu lassen. So viele Dukaten. So viele Dukaten. Ich meine eine Handvoll Dukaten für mich und eine für Kiesel. Handvoll Dukaten. Für jeden von uns. Macht also zwei Handvoll Dukaten. Für diese Summe werden wir gerne den Grabschätzen den Rücken kehren. Einverstanden. Hier sind eure zehn Dukaten. Von nun an will ich euch nie wieder beim Grabräubern ertappen. Ihr habt euer Wort. Nie wieder werde ich auch nur einen Fuß auch in die Nähe einer Gruft setzen. Ich schwöre es. Also gut, ich schwöre bei allem, was uns hoch und teilig ist, dass wir nie wieder von den Verblichenen stehen werden. Nicht wahr, Tharstein? Ihr seid recht großzügig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, verdammt. Wir suchen uns eine neue Berufung. Auch wenn es schmerzt. Mich zumindest. Es ist besser so, Tharstein. Und ich möchte euch als Zeichen unseres Dankes für diesen Haufen Geld etwas geben. Unser letztes Fundstück. Ein wenig Schmuck. Frisch aus der Gruft. Macht damit, was ihr wollt. Wir gehen erstmal nach Moorbrück anheben und nachdenken, was wir zukünftig machen werden. Ja. Fangen wir mal nach der Bohrung geweiht. Ich bin auf der Suche nach einer Bohrung geweiht. Habt ihr sie zufällig gesehen? Gesehen? Äh, nein, haben wir nicht. Wieso ist sie also verschwunden? Da wird schon nichts passiert sein. Menschenkenntnis. Meine Gegenwart scheint euch zu beunruhigen. Also weshalb habt ihr kurz gezögert? Was wie... Ach. Es war sowieso eine dotische Idee. Ich wollte das alles von Anfang an nicht. Nein, ich rede jetzt. Wir sind zu weit gegangen, Trasteil. Wenn wir uns niemandem anvertrauen, macht dieser widerwärtige Kerl uns doch den Garen aus. Oder beschert uns ein grausiges Untotendasein. Ein grausiges Untotendasein bescheren? Wovon redet ihr? Es gibt ja eine Kommandenebensunft. Der hat uns... Der hat uns, wie ihr auf frischer Tat ertappt, und wollte uns gleich zu seinen Dienern machen. Wir haben uns nach Leibeskraft gewehrt, doch wurden wir schnell überwältigt. Ich konnte ihn jedoch überzeugen. Überzeugen? Wie ein greinender Hosenmatz hast du gebettelt. Ach, wo die Leiche eh aus dem Sack ist, kann ich auch sagen, wie es wirklich war. Mein Kumpel flehte um sein Leben, während ich mit dem Meinigen bereits so gut wie abgeschlossen hatte. Und was geschah dann? Dieser dunkle Zauberer wollte uns gerade den Garaus machen, als er plötzlich innehielt, so als ob er eine innere Stimme ihn zurückgerufen hätte. Aus jedes Wandel zu sprechen wäre übertrieben, doch war er mit einem Mal beinahe umgänglich. Er verlangte von uns die Bohrengeweide des Dorfes aus dem Weg zu schaffen. Nur dann wollte er unser Leben schonen. Mehr noch, er sicherte uns sogar zu, dass uns die Untoten je weniger behelligen würden. So haben wir zugesagt. Wir haben Molinde in eine der Gruften gelocken können, zu der wir einen Schlüssel hatten. Also Tür zu Geweihte weg. Dem Nukomaten haben wir den Schlüssel gegeben. Zwar hat er uns verschont, aber völlig zufrieden schien er nicht. Er wollte die Frau wohl tot sein. Dennoch hat er Wort gehalten und uns verschont. Wir konnten nun selbst in die Grufte hinein, die zuvor weggen der Untoten unmöglich zu betreten waren. Mhm. In welcher Gruft genau habt ihr Molinde eingesperrt? Der Geweihten dürfte nichts geschehen sein. Sie ist noch nicht allzu lange eingesperrt. Die Gruft liegt recht nah am Dorfeingang. Ich zeichne euch die genaue Lage auf eurer Karte ein. Menschenketten, es tut natürlich das. Ich werde dort nach dem Rechten schauen. Falls ihr etwas zugestoßen sein sollte, weiß ich ja nun, an wen ich mich zu halten habe. Allerdings ist da noch etwas, den ich sehe, solch an der Nasenspitze an. Irgendetwas anderes liegt euch noch auf der Seele, nicht wahr? Ihr macht woher Achtung gut. Da ist mir wirklich noch etwas Sonderbares aufgefallen. Gerade als wir unseren dunklen Pakt mit dem Beschwerer geschlossen und rasch das Feier gesucht hatten, sah ich wie ein großer Mann aus dem Dorf, wo der sie in der Richtung der Ruine unterwegs war, von der wir knapper Rot entrinnen konnten. Ich erinner mich, verfluchter Nebel lag da in der Luft. Wir waren uns daher nicht sicher, ob es nur ein Untoter war. Du warst dir nicht sicher, doch ich sah ihn zuerst und auch länger als du, Traschstein. Einen solchen Gang hat nur der Büttel, denn kein Untoter schreitet so forsch durch das Moor. Die anderen Moenbrücker sind zu stauend oder zu große Hasenfüße, als dass sie allein durch dieses Gebiet streifen. Sehr interessant. Ich werde den Büttel darauf mal ansprechen müssen. Euch noch einen andächtigen Abend auf dem wiedergefundenen Vater tut. Ja, keine Sorgen. Wir werden von nun an ehrlich leben. Komm, wir gehen, Traschstein. Okay, wir haben Schmuck erhalten. Bei dieser Kette ist Vorsicht geboten. Der Grabschmuck stand nicht unbedingt aus einer sicheren Quelle und könnte durchaus verflucht sein. Grabschmuck. Ich habe von zwei Raabräubern Raabschmuck erhalten. Allerdings beschleicht mich das ungute Gefühl, dass ich den Schmuck so schnell wie möglich loswerden sollte. Ja, befreie Moorlinde aus der Gruft. Zwei Grabräuber, genauer gesagt. Einer von ihnen hat gestanden, Moorlinde in einer Gruft eingesperrt zu haben. Freundlicherweise hat er mir auch gleich die Gruft auf der Landkarte eingetragen. Nur das. Jetzt der. Was sagen die beiden? Wir sollten uns aufwärmen geben. Die Nacht ist zwar gerade erst eingebrochen, aber es ist doch schon sehr frisch. Spinnst du, Kiesel? Jetzt, wo es wieder läuft, müssen wir unsere Verluste reinholen. Morgen ist auch noch eine Nacht. Komm schon, lass uns gehen. Richtig, eine Nacht, in der du mich genauso volljammern wirst wie jede Nacht. Also vergiss es. Gut. Die beiden sind jetzt erstmal weg. Wir können gucken, was hier noch ist. Also ja, ein Untoter. Amazone voraus. Aufgerasch. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich versuche mein Wettbewerb. Okay. Das heißt, wir können auch die andere Gruft uns ansehen, die nicht, die verschlossen ist. Also darin werden uns wahrscheinlich wieder Untote begrüßen. Nehmen wir mal so ein rostiges Aumesser. Ja gut, sie hat eh das Enter-Messer. Das ist sowieso ein bisschen besser. Gut, das heißt noch die Gruft. Und dann erstmal zurück. Und ja, die Gruft, da kommen wir nicht rein. Da müssen wir erstmal den Nekromanten unboxen. Oh, die kommen wir auch nicht. Ohne Schlüssel. Gut. Gut, gut. Oh, noch eine Riesenkrabbe. Ist die respawned? Und ein Auto-Safe. Und wir sind abgewurst worden. Das bin... Vorwärts. Der gute Entscheider. Gut. Jetzt müssen wir erst wieder Runden loswerden. Ja, Krabben können echt böse reinholen. Ich helfe. Ich helfe. Ernst ist geglaubt, dass ihr mich bei der Hinrichtung bloßstellen könnt und dann ungeschoren davon kommt. Oh. Männer macht ihnen den Garaus. Zurück haben wir das Auto-Safe hier. Weil... Weil... Das sollte ich... Wollte ich eigentlich erstmal nicht trickern. Okay. Also erstmal die Krabbe wieder ausschalten. Für die Königin. Für die Königin. Zerritus. Zerritus. Ast. Ich mach das schon. Okay, dieses Mal... ...haben wir mit drei überlebt. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als erstmal zu den Tempelruinen zu gehen. Und ja, wir sehen jetzt mittlerweile doch ein bisschen schwer gepanzert aus. Und ja, die Groove müssen wir öffnen. Dafür brauchen wir aber erst den Schlüssel vom Nekromanten. Und den zu besiegen, äh, könnte anstrengend werden. Ja, noch mehr verwitterte Inschriften. Oh, da ist eine Grabinschrift, die wir lesen können. Niemand sollte den Tod des eigenen Kindes mit... ...den Tod des eigenen Kindes miterleben müssen. Schlafe, mein Sohn, von jetzt ab. In Borons Armen. Hm. Okay. Oh, hier ist hier nur noch eine Krypta und eine Insel. Ne, zwei Krypten. Oh, 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 oh. Achtung, meine Güte. Alle mal hergehört. Alle mal hergehört. Sie sind viele, aber sie sind nicht stark zum Glück. Für die Königin, für, alles klar, Candidus. Äh, nicht wegrennen, vorkrennen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wie viele Pfeile? Oh, Bolzen gehen auch langsam raus. Hier sollte ich dann eher für den Negomanten aufhalten. Die Königin, für die Königin.